grüße schwitzende menschen ebims 1 marne so von der arnigkeit her und heilige dachgeschosswohnung ist das warm draußen selbst die großen streaming anbieter und fernsehsender wissen dass hier mittlerweile alle zerfließt und viel lieber am see als vor der glotze sitzt damit sie nicht ganz in vergessenheit geraten gibt es im hochsommer zwar weniger serien starts dafür aber einige auf die sich die fans schon sehr lange freuen also starten wir einfach mal direkt durch mit den serien start im juli und zwar direkt mit einer der abgedrehtesten und visuell beeindruckendsten serien der letzten jahre am dritten juli startet legion mit der dritten und voraussichtlich letzten staffel hierzulande auf sky für alle die mit der serie noch gar nichts anfangen können es geht um david heller der in jungen jahren mit schizophrenie diagnostiziert wurde und seitdem ein patient in verschiedenen psychiatrischen kliniken war doch als er eines tages auf die neue patientin trifft ist er mit der möglichkeit konfrontiert dass die stimmen die er hört real sein könnten die serie spielt prinzipiell im x-men-universum funktioniert aber auch für zuschauer die bisher noch keinen einzigen superhelden film gesehen haben falls es davon überhaupt noch jemanden gibt mit der zeit realisiert david dass seine multiplen persönlichkeiten real werden und seine mächtigen fähigkeiten für verschiedene zwecke einsetzen die dritte staffel wird die geschichte um david nun in einem vermutlich erneut farbenfrohen spektakel zu ende bringen am 4 juli geht es mit der tempelritter serie nightfall auf magenta tv weiter diese erzählt vom fall der verfolgung und dem brennen auf dem scheiterhaufen der tempelritter die serie setzt im jahr 1903 ein und verfolgt den hartnäckigen kreuzritter landry der damit beauftragt wird den heiligen graal christi zu bergen wegen der blutigen kämpfe auf den kreuzzügen büßte die organisation jedoch verbündete ein und auch der könig frankreichs ist ihnen bald nicht mehr wohlgesonnen die serie wurde von hawkeye darsteller jeremy renner mit produziert der auch in einer nebenrolle zu sehen ist in der zweiten staffel stößt zudem der machtgeist von luke skywalker zum cast auch netflix versucht alles um euch bei dem wetter vor den bildschirm zu locken und mit der dritten staffel stranger things haben sie dabei wohl auch gar nicht mal so schlechte karten zur serie an sich muss ich euch wohl nicht mehr allzu viel erzählen abgesehen von gabby wartet ihr ja alle schon darauf dass es endlich wieder ins upside down geht anders als in den beiden bisherigen staffeln ist aber nun der sommer in hawkins eingekehrt und neben den bekannten gesichtern mit 80er jahre frisuren kommen auch ein paar neue gesichter mit 80er jahre frisuren dazu unter anderem der egozentrische bürgermeister ein reporter mit krankem sinn für humor und lucas kleine schwester die bisher nur kurze auftritte hatte natürlich darf auch ein neues monster nicht fehlen und statt den ghostbusters dürfte es in dieser staffel eine menge zurück in die zukunft anspielung geben der im sommer 1985 in die amerikanischen kinos kam am 14 juli startet die nobel restaurant serie suite bitter mit der zweiten staffel auf stars play in der halbstündigen drama serie geht es um die coming of age geschichte der 22 jährigen tess die es nach new york verschlägt wo sie beginnt in einem sterne restaurant zu arbeiten bald taucht sie aber auch in das aufregende großstadt leben inklusive alkohol drogen lust und liebe ein neben lektionen in sachen liebe und erwachsen werden inklusive einem liebesdreieck das bei young adult formaten natürlich nicht fehlen darf lernt tess auch einiges über essen und vielleicht spricht das ja den ein oder anderen von euch an falls flo und mira davon aber nicht so richtig überzeugt sind könnt ihr euch ab dem 19 juli wieder voll in die hochgelobte netflix serie haus des geldes wer in der dritten staffel wird den ganoven wieder mal richtig zugesetzt denn der ruhestand hält nicht lange an ein mitglied wird von der polizei geschnappt und an einem unbekannten fort festgehalten der professor muss also die bande zusammen trommeln um einen ausbruch zu planen haus des geldes ist laut netflix übrigens die international meistgeschaute netflix serie die nicht aus den usa stand am gleichen tag geht es mit public enemy of sky weiter in der belgischen drama serie wird ein verurteilter kindermörder nach 20 jahren haft entlassen und soll den rest seiner strafe auf bewährung in einem kloster in seiner heimatstadt absetzen merkwürdigerweise sie sind die anwohner alles andere als begeistert und wie sollte es anders sein verschwindet kurze zeit später plötzlich ein kleines mädchen der dorfpolizisten michael soll mit der traumatisierten polizistin chloe die sich im fall auskennt für aufklärung sorgen ehe die bürger die justiz in die eigenen hände nehmen falls ihr es weniger bodenständig mögt und lieber mehr weltraum sci-fi sehen wollt steht another life für euch ab dem 25 juli auf netflix bereit bisher gibt es weder trailer noch promo bilder deswegen habe ich hier die geilsten animationen rausgesucht die es überhaupt nur gibt im mittelpunkt von another life steht die astronautin nico die auf eine wichtige mission geschickt wird um intelligentes außerirdisches leben zu entdecken gemeinsam mit ihrer jungen crew untersucht nico ein vermeintliches alien artefakt doch wenn man sich mit aliens einlässt ist auch die gefahr nicht weit weg ob sie jemals zur erde zurückkehren kann müsst ihr wohl selbst herausfinden ja alles hat ein ende nur die wurst hat vier und so ergeht es auch orange is the new black am 26 juli startet auf netflix die siebte und gleichzeitig letzte staffel aus dem frauengefängnis und auch wenn piper frühzeitig entlassen wurde wird sie dennoch auch in der letzten staffel eine große rolle spielen schließlich soll die serie laut aussage der produzentin terror hermann die ganze geschichte der protagonistin erzählen und wie es für sie außerhalb von litchfield weitergeht an ihrer seite dürft ihr dann auch ein wiedersehen mit alex und den restlichen insassen erwarten außerdem steht ja immer noch die frage im raum ob tasty und blanka in der siebten staffel gerechtigkeit finden werden als letzter tagesordnungspunkt steht euch noch ein cameo auftritt bevor also vorhang auf für ingos irre trailerschau so da gucken wir mal den trailer de boi nach einem superhelden serie aus kann ich ihnen sonst noch irgendwie die serie basiert auf einer comic-reihe die gern als die blutigen avengers beschrieben wird hunderte sterben jährlich als kollateralschäden durch so was ich muss weiter ich muss weiter ich muss weiter da ist quasi ein flash dabei da kommen wir jetzt wieder blue cage um den wichsern den arsch zu versorgen wenn sie durchdrehen jetzt sieht so aus ob sie marvel mit die sie vermischen wollen seit sich die echten superhelden mehr für glamour shots als für verbrechensbekämpfung interessieren muss jemand anderes für ordnung sorgen und da kommen die jungs das ist auch eigentlich bis jetzt ziemlich witzig und ich kann tun und lassen worauf ich bock habe wir stehen kurz davor die arschlöcher zu erledigen ich bin raus hey was macht sporty spice gerade sporty fucking spice was verflucht macht die gerade ich habe keine ahnung und baby die schafft nicht mal auf seite 6 der daily mail ihr seht wenn sie es allein versuchen dann bringt sich nicht aber wenn man sie zusammen da wurde gerade den spice kurz gefragt und jetzt kommt auch gleich die musik von den spice kurz besser geht's nicht mehr er kann keine motivationsreden halten aber so gar ich kann das nicht drücken einfach den verfickten abzukunfts variieren es tut mir leid wir sind die seven die mächtigsten der welt motherfucker bitte 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 nein bitte aber der rest der banda sorry aber scheiß auf die flachwächser also sieht verdammt trashig aus und verdammt witzig also ich gebe den boys einen versuch kann man sich mal geben und ich wünsche euch einen schönen tag tschüss danke inge euch allen möchte ich aber noch ein paar kurze filminfos mit auf den weg geben denn netflix und co bauen ja nicht nur ihr serienrepertoire aus sondern nehmen auch immer wieder den ein oder anderen film ins programm besonders hinweisen möchte ich euch dabei auf baby driver damit der wohl geilsten symbiose aus filmmusik und action sequenzen aufwarten kann ich bin echt froh dass mich tim damals mit ins kino geschleppt hat denn der film war wirklich extrem lit außerdem nimmt amazon mit the house that jack built einen drama führer von last von trians programm der so verstörend war dass bei den filmfestspielen in kann etliche menschen den raum verlassen mussten und danach eine hitzige diskussion über den film sowie seinen macher entbrannte etwas seichter geht es dann mit jonah hills regie debüt mit nineties zu die coming of age story des 13 jährigen stevie beruht zum teil auf eigenen erfahrungen in jonah hills kindheit und kamen sowohl bei den kritikern als auch beim publikum gut an all righty damit verabschiede auch ich mich wieder der see ruft schließlich also macht es besser als 98 prozent der deutschen die sich lieber beschweren dass es zu warm ist und nutzt die sonne und begebt euch an eine bademöglichkeit in eurer nähe das ist schließlich auch die einzige möglichkeit den pokemon go spielern zu entkommen die plötzlich wieder aus allen ecken der stadt hervorkommen los schicke aqua klar